Und wir sind wieder zurück bei I Am Alive. Und ich habe Glück gehabt, ja, das Spielstand hat doch hier gespeichert. Ein bisschen Glück muss man ja auch mal als Gamer haben, ne? Gut. Orientierung gleich null. Wir müssen jetzt, denke ich, mal rüber. So, es ist wieder so ein halber Tag vergangen. Also, ich kann mich noch an das meiste erinnern. An die Steuerung hoffe ich auch mal. Kommen wir hier vielleicht durch. Nein. Wir haben auch keine Patrone mehr. Zwei Kanister finden, um Aufzug zu aktivieren. Einen Kanister haben wir schon, soweit ich weiß. Nein. Habe letztens gebraucht. Okay, okay, okay. Kein Kanister. Gut. Ein Auto, denke ich mal, finden wir hier oben nicht. Ach, hier kommen wir hoch. Ist hier irgendwo ein Kanister? So ein paar Mülltüten könnten Kanister sein. Looters will be shot. Au, 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 au. Weil, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Dann schießen wir halt zuerst. Oder wir werfen unsere Waffe, weil wir haben ja keine Munition mehr. Hier kommen wir runter. Oh, da liegt was. Ich glaube, das ist... Kommen wir mal an eine kleine Rutschpartie. Und, das ist... Ach, nur ein bisschen Wasser. Ansonst... Langklettern können wir hier. Ach, da sind... Da ist ein Kanister. Vielleicht auch zwei. Okay. Versuchen wir unser Glück und klettern mal ein bisschen. Einen Kletterhaken haben wir auf jeden Fall noch. Aber zur Not kommen wir auch hier so hoch. Ich bin mir nicht sicher, wo ich lang muss. Geh mal hier hoch. Okay. Moment. Wir können hier hoch. Kann man nicht auf das Rohr da klettern? Ich schätze nicht. Okay. Dann mal vorsichtig. Hier bringt das auch nichts, ne? Wir müssen auf das Rohr. Dann kommen wir mal hoch hier. Komm. Kletter. Auf das Rohr. Bitte. Auf das Rohr. Geh mal jetzt. Ja, drauf. Komm. Gut. Hier kommen wir nicht lang. Also leider. Da ist ein Kanister und da ist ein... Aha, okay. Zu den Kanistern kommen da... Oh, oh. Können wir da einmal so hinspringen? Ich bin mir da nicht sicher. Geht das? Nee. Wie kommen wir da sonst hin? Gut. Wir gucken jetzt erstmal hier mal ein bisschen rum. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo belangen können. Vielleicht können wir da so springen. Ist das auch ein Kanister? Ich glaube, nur eine Wasserflasche. Pass auf, hier suchen wir unser Glück. Okay. So, jetzt geht erst mal hier ein bisschen runter und einmal um die Ecke hier greifen. Genau, das geht. Dann kleid noch mal kurz hoch. Kann man da mal so rüber? Nee. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Alter. Du bringst mich noch ins Grab. Das kannst du wissen. Gut. Schmerzmittel. Na, das klingt doch mal vielversprechend. Inventar und Schmerzmittel genommen. Und jetzt? Kümmer vielleicht. Ja, das geht. Gut. Und hoch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht das Gleichgewicht verlieren. Gut. Und jetzt hier hoch. Und runter. Runder, runter. Hier. Das Rohr. Das Rohr. Und ein Kanister haben wir. Was ist das? Zwei Kletterhaken? Na, Dankeschön. You loot. We shall... Äh, shoot. Hoffentlich sehen sie uns nicht. Okay, wir müssen wieder... Einen Kanister brauchen wir noch, aber wir müssen wieder hochklettern, schätze ich. Na los, hopp. Schneller, 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 schneller. Deine Energie sinkt. Geh auf das scheiß Rohr. Ich sag's dir. Gut, da ist der nächste Kanister. Wo kommen wir da hin? Warte, warte mal. Kannst du hier runter? Nee. Shit. Ah, das geht. Äh, bringt aber nicht viel. Gut. Dann nochmal hoch. Gut. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ähm, mal hier hoch. Mal ein bisschen rumgucken. Hier kann man nicht klettern. Müssen wir jetzt wirklich wieder zurück? Ist gut. Wollen wir ein bisschen schlafen? Das wäre wenigstens mal was Entspannendes. Runterfallen würde ich nicht unbedingt. Nee, sonst ist ja nichts. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Mal los. Und springen. Ich find's cool, dass ihr nicht so aufleuchten muss, damit wir wissen, wo wir langen müssen. Ich hab doch was gesehen. Dann möchte ich mal ganz kurz wieder zurück. Pass auf. Hier mal kurz links abbiegen. Ah, dann sind wir wieder hier, ne? Ah, wir können hier runter. Ah, okay. Wollen wir doch mal den richtigen Weg gewählt? Oh, kann man da runter springen? Bitte, 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 bitte. Oh. Alter, ich hab ja Herzinfarkt. Oh. Oh. Der nächste Kanister. Gut. Ähm. 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 Wir kommen wieder wieder hoch. Ah, okay. Komm runter. Und jump. Und hier hoch. Gut. Ähm. Wo müssen wir nochmal lang? Shit. Ach, hoch. Komm. Ah, gut. Komm. Nimm deinen Affen hinter. Affen hinter. Hoch. Super. Boah. Okay. Ah, ich hab ne Idee. Nochmal ein bisschen runter hier. Und dann krabbeln wir ein bisschen hier lang. Können wir auch ein bisschen schneller. Und springen. Und hier hoch wegen der Ausdauer. Finde ich auch so schön, wie schnell seine Ausdauer wieder regeneriert. So, jetzt wollen wir wieder hier am Anfang. Aber ich stehe wieder unnötig von mir. Dann kletter noch mal hier lang. Und dann gucken wir noch mal. Vielleicht finden wir dort einen anderen Weg. Kann doch nicht so schwer sein, wenn da zurück zu gehen. Genau. Siehst du schon, wir sind immer wieder am Anfang. Glaub ich. Oder? Äh, ja, scheint so. Ab geht's. Ist das der Anfang? Ja, genau. Ach, Mist, Mist. Wir haben zwar noch vier Kletterhaaren. Jedoch nur noch eine Patrone. Okay. Dann füllen wir auf. Medizin aus der Kiste besorgen. Oh, da oben ist was zu essen. Aha. Das ist ja nicht mal eine Endhaltestelle. Ah. Mist. Oh Gott. Diese Höhe, ey. Oh nein. Wir brauchen auf jeden Fall die Kletterhaare. Spring. Komm. Ein bisschen schneller. Ah. Ah. Das Alter. Komm. Erstmal rechts da. Gucken, was da ist. Hab. Wasser. Wasser und... Oh, shit. Die Kette sieht aus, wie sie verletzt wurde. Nein, 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 nein. Die darf nicht beschädigt sein. Okay. Wir kommen auch lang. Okay. Hopp. Oh Mann, 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 Mann. Vorsicht, Vorsicht. Können wir da hochgehen? Vielen Dank.